Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Der Dollar fällt auf den niedrigsten Preis seit Ende 2020. Heute, Mittwoch, 12. Juli, fiel der Dollar in Peru erneut und erreichte den niedrigsten Preis seit fast drei Jahren. Der heute Nachmittag registrierte Wechselkurs von 3,58 Soles ist der Preis, der seit dem letzten Halbjahr 2020 nicht mehr gesehen wurde. Daten der Zentralbank, BCR, zeigen, dass der Wechselkurs heute Nachmittag auf Interbankenebene auf 3,58 Soles gefallen ist, nachdem gestern 3,62 Soles gemeldet wurden. Mit diesem Rückgang von mehr als ein Prozent auf dem peruanischen Markt ist der Dollar in Peru jetzt 5,91 Prozent günstiger als vor einem Jahr. Der Abwärtstrend ist global, da die Agentur Reuters berichtete, dass der Dollar auf ein neues Zweimonatstief gefallen sei, nachdem bekannt wurde, dass die Verbraucherpreise in den USA im Juni gesunken seien. Nach Angaben der Agentur deutet dies darauf hin, dass die US-Notenbank, FED, die Zinsen diese Woche möglicherweise nur noch einmal anheben muss. Dollarpreis für Kauf und Verkauf Schauen Sie sich alle Märkte an, auf denen Sie Dollars kaufen können, um den niedrigsten oder höchsten Preis zu erzielen, je nachdem, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten. Nachfolgend geben wir die Kauf- und Verkaufspreise des Dollars an, die in den Wechselstuben und auf dem informellen Devisenmarkt registriert sind. Laut der Plattform Quantustail-Dollar PE kaufen Geldwechsler den Dollar im Durchschnitt für 3,57 Solen und verkaufen ihn für 3,60 Solen. Während in den digitalen Börsen das grüne Ticket für etwa 3,57 Soles gekauft und für etwa 3,61 Soles verkauft wird. Bedenken Sie, dass sich der Dollarpreis erst morgen um 9 Uhr ändern wird. Wenn Sie die Austauschsitzung starten Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram